Der Prolog von Orid vom 21. August Gedenken Der heilige Apostel Thaddeus war einer der siebzig nicht jener Thaddeus aus den zwölf Aposteln. Der heilige Thaddeus sah und hörte zuerst Johannes den Täufer und empfing die Taufe von ihm, danach sah er den Herrn Jesus und folgte ihm. Der Herr zählte ihn zu den siebzig geringeren Aposteln, die er zu zweit vorausschickte. Danach suchte der Herr zweiundsiebzig andere aus und sandte sie zu zweit voraus in alle Städte und Ortschaften, in die er selbst gehen wollte. Lukas 10, Vers 1 Nach seiner herrlichen Auferstehung und Himmelfahrt sandte der Herr Thaddeus nach Edessa. Thaddeus' Geburtsort dem Versprechen gemäß, dass er Fürst Abgar gegeben hatte, als er ihm das Tuch mit seinem Abbild geschickt hatte. Indem Abgar das Tuch küsste, wurde er vom Aussatz geheilt, aber nicht vollständig. Ein wenig Aussatz blieb noch auf seinem Gesicht. Als der heilige Thaddeus vor Abgar erschien, empfing ihn dieser mit großer Freude. Der Apostel Christi unterwies ihn im wahren Glauben und taufte ihn darauf hin. Als der getaufte Abgar aus dem Wasser kam, fiel der verbliebene Aussatz von ihm ab und er wurde völlig geheilt. Fürst Abgar verherrlichte Gott und wollte nun, dass auch sein Volk den wahren Gott erkennen und verherrlichen sollte. Der Fürst rief alle Einwohner von Edessa zusammen, damit sie vom heiligen Apostel Thaddeus vom wahren Glauben erführen. Als die Menschen die Worte des Apostels hörten und ihren Fürsten auf wundersame Weise geheilt sahen, verwarfen die Menschen die Götzen ihre unreine Lebensweise, nahmen den Glauben an Christus an und wurden getauft. So wurde die Stadt Edessa vom christlichen Glauben erleuchtet. Fürst Abgar brachte viel Gold und bot es dem Apostel an, doch Thaddeus sagte zu ihm, Da wir unser eigenes Gold zurückließen, wie können wir das Gold anderer empfangen? Der heilige Thaddeus verkündete das Evangelium in ganz Syrien und Phönizien. Er entschlief im Herrn in der phönizischen Stadt Beirut. Die heilige Märtyrerin Vassa und ihre Kinder Theornios, Arapios und Pistos. Vassa war die Frau eines Götzenpriesters, doch insgeheim war sie Christin. Sie unterwies ihre Söhne im Geist des Christentums. Ihr Mann hasste sie wegen ihres Glaubens und übergab sie zusammen mit ihren Söhnen dem Richter Zomata. Nach grausamen Foltern wurden ihre Söhne enthauptet. Man meint, dies sei in Edessa in Makedonien geschehen. Vassa war ganz von Freude erfüllt, als sie sah, wie ihre Söhne die Heldentat ihres Martyriums um Christi willen in Ehre vollendeten, und sie selbst gingen nun mit noch größerem Eifer von Tortur zu Tortur. Als sie Vassa ins Meer warfen, erschienen ihr Engel und brachten sie zu einer Insel im Marmara-Meer. Dort wurde sie schließlich unter Kaiser Maximian enthauptet. So wurde die heilige Wasser auf zweifache Weise des Reiches Christi gewürdigt, als Märtyrerin und als Mutter von Märtyrern. Der gottgeweihte Avrami, Avramius von Smolensk, wurde in der Stadt Smolensk geboren, infolge der Erhöhung der Gebete seiner Eltern. Er trat früh ins Klosterleben ein und widmete sich strenger als Käse, wobei er die frühen Väter der Wüste nachahmte. Später gründete er das Kloster des Heiligen Kreuzes bei Smolensk. Er erlitt viele Versuchungen durch Dämonen und Menschen und ertrug sie mit großer Geduld und Danksagung an Gott. In der Zeit seiner großen Dürre erwürgte Avrami durch seine Gebete Regen. Er lebte 50 Jahre im Mönchstand und entschlief im Herrn im Frieden im Jahr 1220. Die heiligen Vorväter Abraham, Isaak und Jakob Abraham, Isaak und Jakob werden am Sonntag der Vorväter vor Christi Geburt als gerechte und auserwählte Gottes kommemoriert. Lobesümne Der heilige Avrami von Smolensk Die Kerze brennt, der Weihrauch duftet. Tag und Nacht betet Avrami. Seine Nächsten liebt er wie sich selbst. Verdorrt ist Avramis Leib vom Fasten und durch Gebet. Sein Herz erbebt vor dem Namen Gottes. Auf die Seiten der Zeit schreibt er Ewigkeit. Sünder fürchten die Sünder nicht, doch den Gerechten fürchten sie sehr. Sündige Menschen verspotten Avrami, Neider klagen ihn an. Verspottet und angeklagt, Avrami erduldet es und er fleht Gottes Gnade für seine Feinde. Avrami verbirgt sein Herz im Verborgenen, kniet er, im Geheimen vergießt er Tränen. Gott urteilt nicht, wie Menschen urteilen. Das Gericht der Menschen will schädigen. Doch Gott wünscht die Rettung für alle. Für den Vornehmen wie den ohnmächtigen Sklaven. Auf Gott setzt der Heilige alle Hoffnung und Gott verherrlicht Avrami auf ewig. Betrachtung Großmütiges Vergeben gegenüber Verleumdern und das Gebet für sie ist ein charakteristisches Merkmal christlicher Heiliger, die die Verleumdung gegen sich nicht als von Menschen, sondern von Dämonen gesandt betrachten, von denjenigen also, die zu jeder Verleumdung wie auch zu jeder Sünde im Allgemeinen am meisten aufwiegeln. Der heilige Avrami von Smolensk wurde vor dem Fürsten und dem Bischof als neidischer Priester, als Betrüger, Zauberer und Heuchler verleumdet. Die Verleumder trachteten nach nichts anderen, als dass man ihn zum Feuertod verurteilte. Der Fürst und der Bischof glaubten den Verleumdern und Avrami wurde aus Smolensk vertrieben und man verbot ihm, das Priesteramt auszuüben. Während der ganzen Zeit seines Verfahrens und der Verbannung wiederholte Avrami das Gebet des heiligen Stephanus des Erstmärtyrers. Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Apostelgeschichte 7, Vers 60 Es stellte sich später heraus, dass Avramis Ankläger Lügner und Verleumder waren. Der erboste Fürst trachtete danach, die Verleumder streng zu bestrafen und der Bischof wollte sie exkommunizieren. Doch der heilige Avrami fiel auf seine Knie vor dem Bischof und bat ihn unter Tränen, ihnen zu vergeben. Er kehrte nicht eher in sein Kloster zurück und begann mit der Durchführung seiner priesterlichen Dienste, bis den Verleumdern verziehen war und sie wieder auf freiem Fuß waren. Zum Nachdenken Lasst uns nachdenken über David und Saul, über den Mann mit und den Mann ohne den Geist Gottes. 1. Samuel, Kapitel 18 Wie Saul David wegen seiner Tugenden fürchtete und wie David Saul in allen Dingen gehorsam war. Wie Saul heuchlerisch vorgab, David zu belohnen und ihn unter die Philister sandte, damit er erschlagen werde. Wie ein von Gott Abtrünniger immer einen gottergebenen Menschen fürchtet. Homilie Über den wundersamen Stein in Zion Darum, so spricht Gott der Herr, Seht her, ich lege einen Grundstein in Zion, einen harten und kostbaren Eckstein, ein Fundament, das sicher und fest ist. Wer glaubt, der braucht nicht zu fliehen. Jesaja 28, Vers 16 Dieser wundervolle Stein, meine Brüder, ist der Herr Jesus Christus selbst. Wenn der Prophet an einen gewöhnlichen Stein gedacht hätte, hätte er nicht über den Glauben daran gesprochen, denn das wäre eine götzendienerische Prophezeiung gewesen. Auch der Prophet Daniel sprach über einen Stein, der aus dem Hügel herausbrach und einen großen Götzen zerschmetterte, ein großer Berg wurde und die ganze Erde erfüllte. Daniel 2, Vers 34-35 Daniels Prophezeiung in Bezug auf diesen Stein Der Eckstein ist für die Heiden, doch Jesajas Prophezeiung ist für die Hebräer bestimmt. Der Herr Jesus Christus ist dieser Stein, der zuerst als Fundament der gesamten Schöpfung Gottes gelegt wurde, denn er ist das Wort Gottes und die Weisheit Gottes. Zweitens ist er die Grundlage des Alten Testaments als der Vorbereitung. Drittens ist er das Fundament des Neuen Testaments als der Erfüllung. Der Eckstein ist der stärkste und festeste Stein, der die anderen Steine zusammenhält und miteinander verbindet und die Wände in den verschiedenen Winkelmaßen in Einheit und Ganzheit hält. Der Herr Christus in uns ist der Eckstein, der unsere verschiedenen geistigen Kräfte in Einheit und Ganzheit zusammenhält, sodass alle in gleicher Richtung wirken. In Gottes Richtung und Gottes Reich. Der Herr Christus ist in der menschlichen Geschichte der Eckstein, der das Judentum und das Heidentum in dem einen Haus Gottes vereinigt, in der Kirche Gottes. Denn einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, Jesus Christus. 1. Korinther 3, Vers 11 sagt der Apostel des Neuen Testaments in Übereinstimmung mit dem Propheten des Alten. Wer bis zum heutigen Tage an diesem Stein der Rettung geglaubt hat, ist nicht beschämt worden. Denn dieser Stein ist die sichere Grundlage und es ist wahrlich ein erwählter Stein, ein kostbarer und geehrter Stein. O Herr Jesus, unser Stein der Rettung, stärke den Glauben, der in uns ist, den heiligen und rettenden Glauben an dich, unseren einzigen Erlöser. Dir sei Ehre und Lobpreis in Ewigkeit. Amin. 2. Korinther 3, Vers 11